Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde World of Tanks. Hallo, hallo. Genau, mit dem Steiner. Und der Steiner muss mir jetzt erstmal erklären. Du Steiner, was soll ich jetzt da auch mit meinen Leuten machen? So, da drücke ich jetzt auf dieses rote Kreuzzeichen, sag ich mal dazu. Das gelbe rote Kreuzzeichen, genau. Ja, genau. Und dann nehme ich die reparaturbeschädigten Modelle. Das soll ich nehmen. Genau, das nimmst du für alle. Bei den kleinen Panzern erstmal. Auswahl. Bei allen? Bei allen. Umso schneller reparieren sie. Okay, Auswahl. Bei den kleinen Dingern brauchen wir keinen sechsten Sinn und sowas reinbauen. Das machen wir später alles. Okay. Ausu. Auswahl. Gut, dann haben wir das da auch schon mal alles gemacht. Dann nehmen wir das hier noch bei dem Uso. Der hat ja nur zwei Passagiere an Bord. So, hab ich. Sehr gut. Dann haben wir das mit der Runde. Läuft die richtig. So, dann drücke ich. Dann mal rein theoretisch starten. Bist du soweit, dann drücke ich ins Gefecht oder was? Ich bin bereit. Äh, bereit. Genau. So, geht aber nicht los. Ins Gefecht. Oben. Oben muss dann. Genau. Yes. 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 Ja, ich bin jetzt hier. Achso, ich hab Premium gemacht, Leute. Hat einfach was damit zu tun, dass ich jetzt ein bisschen mehr Geld dann schon bekomme. Und wir uns, wenn man so will, nicht so lange an den Laubpanzers aufhalten. So war es jetzt mein Plan. So ist der Plan. So ist der Plan. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Einer. Alles Einer. Gibt keine Gegner. Keine Oberen. Gibt nur, gibt nur Opfers. Ja, bei der ersten Folge hatte ich ja außer Sehen vergessen, Leute, den Dingens drauf zu machen. Den Mod unten. Aber den hab ich jetzt verlinkt. Und ab jetzt sollte der immer kommen. Genau. Ähm, wo fährst du lang? Kommst du mir? Ja, wir müssen, wir fahren berg. Wo bist du denn? Ja, ich fahr da hinten den Berg. Genau. Genau, den Berg fahren wir auch. Ja, ich muss nur drehen. Außen lang und dann Vollgas. Drehbaby! Hier können wir schon ein bisschen mehr reißen, wenn wir Glück haben. Ja, weil es alles... Boah, der geht aber richtig hier. Ich slide richtig mit der Kiste. Ja, das Gefühl hab ich auch gerade. Boah, ich hab heute mehr... Das ist doch geil. Alter, was ist das denn? Ja, ja, ist geil. Wieso dreht ihr denn jetzt so schnell? Ich weiß auch nicht. Das liegt an den Ketten, kann das sein? Ja, das kann sein. Weil wir ja die Ketten gestern ab... Boah, Alter! Geil, ne? Du musst ganz vorsichtig jetzt lenken. Der geht richtig runter. Alter! Nee, aber die sind ganz schnell im Panzer. Da gibt's ja... Ach, was ist die T-59 oder oder den Batch hat und so. Da kannst du auch slide, wenn der da richtig... Aber den Berg hier hoch, das ist immer noch nicht seine Welt. Ja, ja, das ist halt immer dasselbe hier. Ah, links? Oder rechts? Nee, rechts. Berg hoch. Genau. Da wird auch was kommen. Gut, dass diesmal folgen zumindest ein paar. Das ist schon mal viel wert. Mama! Mach doch nicht den ganzen Pfosten kaputt. Richtig. So, dann fahr auch, wenn du kannst, dann so weit wie rechts möglich. Da ist nämlich dann so ein Steinhaufen, der geschützt ein bisschen. Ja, ich weiß, der... immer so ganz widerlich, hab ich gehört. Ja. Aber bei mir steht immer noch keine Statistiken. Nee. Das kann dauern. Echt? Oh. Was sollen sie da eintragen, wenn du da jetzt fünf oder zehn Gefechte gemacht hast? Ja, du wolltest ja gestern nicht weitermachen. Du hattest ja gestern... Du hattest ja gestern keinen Bock mehr. Du! Natürlich. Richtig. Du warst gestern schon. Mal gucken, genau da richtig hin. Genau da hin. Erstmal. Hier kommt nichts. Ach, unten werden sie schon wieder zerlegt, ja. Naja. Hier kommt gar nichts. Naja, abwarten. Naja, wir fahren vor. Naja. Gucken. Einmal kurz gucken, ob das kommt. Es können auch rechts schon welche stehen, ne? Ja, wir müssen Gas geben, die sind dann wieder unten am Weifeln, glaube ich. Der kommt nichts. Aber von hinten. Hier ist tot. Naja, tot ist immer... Tod ist nicht gut. Aua! Ah, Steiner da! Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Dass da einer irgendwo steht. Nein, Down! Steiner, du bist schuld. Du hast dich nicht gesehen. Hab ja gar nichts gesehen, hätte ich gesagt. Rotz ihn weg! Rächt mich! Tret ihn in die Mäufeu! Das sollen die anderen machen, da oben. Okay. Also, warum kann ich jetzt hier nicht Steiner verfolgen? Gebt mir den Steiner, da ist er. Ich hoffe, ihr könnt das natürlich auch schreiben, ob er... Ob ich lieber hin und her zwischen soll, oder ob er lieber den Steiner zuschauen wollt, dann in dem Augenblick. Also, ich bin eher dafür, dass man den Steiner dann zuschaut, weil ihr hört ja auch, was er dann sagt und so. Also, oder man kann das Bild mit deinem Ton ja in dem Sinne vergleichen. Wolltest du sie dir jetzt alle in den Popo treten von hinten? Wolltest du dir jetzt mit Käppen versuchen, auch wenn es nicht viel bringt, glaube ich. Wolltest du dir in dein kleinen deutschen... dein... Guck mal, das zielt ihm, bis er da mal eins... Jetzt hat er ihn! Du wirst sterben, mein Freund! Der weiß gar nicht, wo ich... Woher von ich schieße? Ne! Siehst du das? Oh, jetzt hat er dich gesehen. Ja, komm, so Käppen, 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 Käppen. Du hast eine Verstärkung hinter dir? Da kommt noch einer vor dir. Oh, voll daneben. Der ist AFK, wie das aussieht. Ja, sehr schön. Los, hol dir den Kill. Jawoll! Steiner ist hier der Pro. Und hier, jetzt geht's rund. Drei in A und vieren, ne? Du weißt schon. Genau. Käppen. Fahr bloß nicht raus, Kollege. Da hinten kommt einer. Vorsicht, vor dir. Oh, jetzt hab ich aus Versehen geswitcht. Wo ist der Steiner? Wo ist der Steiner? Da ist er Steiner. Ja, ich hab jetzt den Ton leiser gemacht. Die ersten fünf Folgen waren ja doch schon etwas laut. Und habe das jetzt alles so ein bisschen zurückgedreht. Oh, da kriegt der Steiner jetzt was aufs Maul. Wo ist der andere? Kann der dir nicht helfen? Ja, macht er wohl nicht. Oh, siehst du, wie genau die Kanone ist? Geil, ne? Absolut episch. Gut, zurück zu Gerorch. Wer hätte ich überlebt, dann hätten wir alle down gemacht. Hundert prozentig sogar. Hundert prozentig. So, jetzt sehen wir den Kampf 35T. Haben wir da irgendwas gemacht? Forschung? Wartung. Forschung muss ich gucken, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier. Forschung. Ja, nicht wirklich. Da ist gar nichts zu. 35T. Oh, doch. Ich habe da schon drinne das dritte Funkgerät. Die zwei Ketten. Ja. Was kannst du da reinbauen noch? Hast du da irgendeine Möglichkeit? Ich hätte jetzt noch, ich könnte die 2 cm KWK 30 reinbauen. Aber ich habe die 3,7 cm KWK ja drin. Was haben sie einen Unterschied? Mittlerer Durchschutzschaden, 10 Granaten im Magazin. Was hat der oben? Das ist wieder genau. Einzelschuss. Aber mit mehr Mittlerer Durchschlags. Ja, ist doch besser oder nicht? Ja, du hast ja mit 10 Schuss kannst du natürlich dann richtig da auch, ne? Ja, was meinst du? Soll ich lieber die andere nehmen? Möchtest du? Ich werde die mal probieren, glaube ich. Ich probiere die auch mal. Ja. Komm rein da. Aus. Kaufen. Baut. Haben wir. So. Welche war das? Das war die. 10 Schuss, ne? Mehr kann ich nicht. Zack 38 war das, richtig? Nee, ich habe jetzt die 30er drin, ne? Magazinsystem. 10 Granaten im Magazin. Die ist natürlich echt heftig, ne? Na gut. Wir werden das ausprobieren. Richtig. So, ich muss erst in dieser Gruppe wieder auf bereit klicken. Bist du bereit? Voll bereit. Alles klar, ins Gefecht. Läuft. Ins Gefecht. Mach mal auf. Mach mal auf, Kameraden. Mach mal gucken jetzt hier. Jetzt brauchen wir aber einen Sieg hier. Mal gucken, wie wir da stehen. Oh, okay. Also, sonst wäre ich aber ärgerlich hier. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was hat er? Viel bei, ne? Wo ist noch 22222, alle Zweier, okay. Ja, aber haben wir doch auch. Ja, und natürlich wieder dieselbe Map, aber diesmal fahre ich da nicht hoch, oder wir. Ne, diesmal halten wir uns mal zurück. Ja. Ja, wir stellen uns unten an die Mauer ran, wenn wir da hinkommen. Jedes Mal, wenn wir hochfahren, sind wir die Blöden. Also, ich seh dich gar nicht, wo bist du? Genau links von dir. Wo willst du lang? Soll ich zurückfahren? Ja, gerade, 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 fahr gerade. Fahr nach vorne an die Mauer ran. Hier fehlt so eine Nosseinspritzung. Wieso hatten die das zu der Zeit noch nicht? Komm, wie schnell du bist! Ja, Tacke! Oh, jetzt hat mich einer angeschubst. Kommst aber auch auf. Ja, jetzt hat der mich angeschubst, der T18. Links, oder was? Ja, links, links. Oh, auf, Tusch! Die stellt sich da schon hin. Aber egal, wir stellen uns mit hin hier. Ja. Erstmal. Oben fährt wieder, siehst du, da fährt wieder keiner hoch. Nur wir werden da wieder. Jawoll, schön, welche gegeben haben wir denen. Sehr gut, sehr gut. Klaus, gleich voranfahren. Lang die Gro... Oh, die Großen vorfahren ist immer ganz gut. Ja, der T18, der kann ruhig vorfahren. Das Ding finde ich gar nicht schlecht. Ja. Wobei der weniger Panzerung hat wie wir, ne? Ja. Auch geil, eigentlich. Ja, aber der macht richtig Wumms. So sieht's aus. Los, komm, wir unterstützen die Jungs hier. Oh, Leute, was macht der denn jetzt hier? Will er jetzt hin? Ja, der will mit sich spielen. So. Mit sich oder mit uns? Mit uns. Kommen wir zurück. Achtung, pass auf, nicht schräg stellen. Versuch gerade zu stehen. Genau, weiter, 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 weiter. Sehr gut. So viel ist bei mir nicht passiert. Ne, ist auch gut so. So, wir fahren weiter. Los, geradeaus, weiter. Wo bist du denn jetzt? Nein, du stehst wieder schräg. Nicht schräg stellen. Ja, macht doch nichts. Der trifft mich doch nicht. Der hat doch den anderen Panzer getroffen. Äh, Teamkill gemacht, der eine hier. Hab ich einen gemacht? Schaden zumindest. Oh, komm, weiter. Ich glaube, ich hab Schaden gemacht. Hab ich Teamkill gemacht? Ob es dir dreht, ne? Gehst du überhaupt in die Innenansicht? Ja. Aber jetzt, wenn ich dann direkt vorm Panzer... Kannst du auch auf der Taste, hab ich das eingestellt. Ja, das mach ich auch. Besser. Genau, genau, genau. Oh, zwei, vier Gegner noch. Also jetzt, die Runde sollten wir ja wohl gewinnen. Packen wir. Dann meinetwegen da oben rumeiern. Du kriegst auch wieder Punkte für, wenn du hier, ähm... Die Fahne einnimmst. Richtig. Ja, wir versuchen jetzt die Fahne einzunehmen, wir beiden. Ja, Punkte sind Punkte. Ja. Von oben wird ja noch der andere vielleicht nochmal runterfahren. Mal gucken. Wollen wir es mal alles kaputt hier? Ja, das stinkt alles. Oh. Boah, drehen tut er echt langsam. Bei mir ist jetzt die Kette... Nö, ist eigentlich gar nichts. Aber mir geht's schnell. Man muss die Kette und den Motor noch reinbauen ineinander, wenn du da Kohle über hast. So was kannst du ja mit... Jetzt hast du ja Premium. Ja. Du kriegst erstmal mehr Kohle auch. Und wenn kannst du minimal Gold umtauschen, dann kriegst du schon ordentlich Kratzer. Was ist das für? Okay. Ja gut, aber ich glaube, das braucht man nicht, also... Nein, bei den Kleinen ohnehin nicht. Das ist erstmal relativ. Ja, das sieht gut aus für uns. Siehste, haben wir doch schön angenommen. Ja, voll feindliche Basis wurde erobert. Kack, Boons. Richtig. Tja, wir wieder. Ja, wir unterwegs. So, was habe ich denn gekriegt? 5.082 Münze und 578 Erfahrungsbuch. Das ist echt viel. Boah, ich habe Überlebensabzeichen 3. Klasse gekriegt. Überlebensabzeichen 3. Klasse. Egal, zu kommen. Habe ich auch. Hat er. Habe ich. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt den Uzo. Uzo. Müssen wir den eigentlich noch warten? Gucken, was gab es denn bei dem noch? Forschung? Uzo. Uzo. Auf da. So, da haben wir ja auch noch ein paar Möglichkeiten, wa? Oh ja. Ich weiß es gar nicht. Oh ja, ich habe da nur die 37 Millimeter Gun drinne. Die Shockling Now könnte man noch nehmen. Da oben. Na, ich habe aber den größten Motor drinne, die besten Ketten, das beste Funk. Ja, das habe ich auch. Autogunner, Feuergeschwindigkeit. Bleibt so. Brauchen wir gar nichts machen. Also, ich mache nichts. Ja, gut. Eins muss ich updaten, sonst können wir da... Ach nee, wir nehmen ja davon keinen, den nächsten, ne? Nee, von denen nicht. Nee, ne? Also, da... Schöne diesen glaube ich erstmal nicht. Da machen wir erstmal, keine Ahnung. Können wir gleich mal... Ja, wir können doch noch ein Tier 1 uns holen. Oder 2, 3, wie rum. Genau, müssen wir mal gucken. So, Zug auf bereit drücken. Oh, warte. Ich bin bereit. So, ab ins Gefecht. Ich? Ist so. So, heute gibt es eine kleinere, längere Folge. Heute habe ich mir nämlich mal gedacht, drei Panzerfechte heute mal in dieser Folge. Genau, und das nächste, dann müssen wir mal gucken, dass wir die mehr Zweier und dann die Dreier schon gehen. Ja, ich würde sagen, wir sparen ein bisschen Erfahrung zusammen, dass wir gleich den Panzer auch besser machen können. Wir müssen ja jetzt den Panzer ja nicht unbedingt im schwächsten Zustand zeigen. So ist es. Das haben wir ja am Anfang in dem Sinne gemacht. Klar, das ist jetzt erst die sechste Folge, aber die Leute wissen halt, dass man jetzt die Dinge updatet. So, wie fahren wir denn jetzt nochmal? Scheiße, wie war das? Ja, und wir dann berghoch versuchen, nachher hochzukommen. Genau, wir fahren den Berg hoch. So wie wir es gestern auch gemacht haben. Die Position finde ich sehr geil. Weil die anderen schneller sind. Du stehst gut da drüben. Da kannst du gleich voll durchziehen. Gerade aus Rober muss ich nur, ne? Ja, so genau. Da vorne den Weg. Der Uso kommt. Der Uso ist aber, oh, ja, komm, jetzt, jetzt. Hört doch mal auf zu schießen, ihr Blödmänner. Warum rafft ihr sich? Ja, das ist Standard. Ja, wie auch immer. Ja, scheiße, schon Premium-Munition hier durchhauen, weißt du. Haben ja Kohle. Ja, das sind halt nicht die schnellsten Kisten, ne? Das muss man leider sagen. Ne, aber habe ich bis jetzt die besten Fights mit gehabt. Dass der jetzt nicht durchgefahren ist, der T1, kann ich wieder nicht nachvollziehen. Kack, Nub. Weil der deckt nicht mal auf. Der stellt sich da in die Ecke rein. Das kann doch ein Bot sein, der da so komisch ist. Ja, das fährt da vor. Aber pass auf, nicht gleich voll durchziehen, nicht, dass er da oben gleich welcher hat. Da ist ja, da kommt es nämlich schon, sag ich doch. Ja, ist okay. Wie gesagt, nicht seitlich, ne? Immer so ein bisschen anschrägen jetzt geht. Versuch jetzt. Dann fangen wir auch mal an den Stein ran. Kommt nämlich noch einer. Ich weiß nicht, wie weit die Gun runter geht. Das muss ich mal gucken jetzt hier. Oh, da stehen sie. Oh, da kommen sie jetzt. Ja, ja, ja. Schön. Jawohl, haut drauf. Kette ist kaputt. Nein, down. Ach, fuck, Mann. Ich bin doch ein Kack nun. Warum bin ich immer so gierig? Ja, das darfst du nicht. Das ist aber das Problem bei den Panzern. Ich hab'n aber getroffen, glaub' ich, ne? Da haben wir den Steiner. Also der Uso ist echt sehr, sehr lahmarschig. Also leckt mich am Arsch, Alter. Das ist halt, das ist nix. Das Ding eigentlich. Also wenn... Oh, oh, Steiner. Oh, sehr nice. Ja, wer Interesse hat, mit uns mal zu schreiben oder so, könnte auch in den Gruppenchat kommen. Braucht er nur Olafs suchen. Äh, ja. Genau. Also der Steiner ist zum Beispiel jeden Abend online. Davon könnte er ausgehen. Nur ist trotzdem weg. Oh! MS1, wo steht der denn? Vor dir. Scheiße. Ja, zwei haben wir weggerissen. Zurück zum Gefecht. Jawohl, sie gehen zurück. Ja, Leute, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Und, äh, ja, bis zur nächsten Runde. Ja, Olaui. Richtig. Und mal gucken, was wir dann machen. Genau. Bis gleich. Tschüss. Tschö, tschö.